Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir uns ein bisschen blöd angestellt im Keller von der Mansion von Nuban. Da waren so zwei von diesen Viechern, ich hab die ein bisschen blöd bekämpft. War nicht mein bester Move, ich hab ein bisschen lang gebraucht. Ich hab überlebt, ich hab's quasi first try gemacht, aber ja, hätte ich besser machen können. Ich sollte diese Dinger mal nutzen, davon find ich so viele Teile. Warum kann ich denn davon nicht noch, lol, okay, jetzt kann ich den mitnehmen, alles klar. Jetzt, wo ich ihn ausgerüstet habe. Ja, und danach wurden wir in, ich glaube wir sind im Leuchtturm. Anstalt, ich weiß nicht, Anstalt, Leuchtturm, vielleicht ist das dasselbe. Ich glaube wir sind in dem Turm von der Anstalt, der so ein bisschen leuchtturmmäßig ist, glaube ich. Ja, doch, weil hier sind so viele, so viele Engines und sowas, deshalb. Aber ich weiß nicht genau, wo wir sind. Oh nein. Ja, und da kommt ein Fraschstuhl. Warum ist das... Feuer? Oh Gott, wir sind in der letzten Folge geflohen. Vor so ein Vieh. Und... Dies Vieh... Oh, hey. Leute, wie viel Loot da ist. Ich will da hin. Oh mein Gott, da müssen wir unbedingt hinkommen. Kann ich das vielleicht schon vorher abschießen? Okay. Einfach nur um Zeit zu sparen. Ich will da hin. Okay. Geh aus. Hä? Ich dachte, es geht jetzt aus. Was habe ich damit gemacht? Muss ich darauf schießen? Lol. Warum hat das so lange gedauert? Okay. What the fuck? Warum... Okay. Cool. Scheiße. Ich komme da gar nicht hin. Das gibt es doch gar nicht. Wie kommt man da hin? Das ist nachher beim Aufzug. Das sieht mir sehr optional aus. Okay, bevor ich zu diesem Aufzug gehe, wo ich scheinbar unbedingt hin will... Muss ich auf jeden Fall... Muss ich das jetzt abschießen, damit das... Warum... Ach nee, kommen wir da oben. Uh, das leuchtet aber. Ah, ich habe das umgeleitet. Jetzt geht das woanders hin. Das gibt es doch gar nicht. Wie komme ich da hin? Ich glaube, ich werde... Warte, von wo komme ich dann nachher hin? Ist dann wirklich da? Ich glaube, von da komme ich auf den Aufzug zu... Auf... Hingelaufen irgendwie. Ich muss mir das merken. Vor dem Aufzug ist geiler Loot. Oh oh. Oh nein. Lauf, 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 lauf. Hier ist ja bald Feuer. Oh mein Gott. Wo ist sie? Hä, wo ist sie? Oh Gott, da ist sie. Geh weg. Geh bitte weg. Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Geh bitte weg. Warum geht das Feuer nicht aus? Warum geht das Feuer nicht aus? Es war nur eine Frage der Zeit, bis ich da in die Falle gehe. Da ist sie. Oh Gott. Geh aus, bitte. Ich habe die Tütze gemacht. Was soll das? Okay, wo ist sie? Da ist sie. Ach du Scheiße, manchmal ist sie aber auch echt schnell. Oh, es ist ausgegangen. Einfach so, nice. Das Loot. Leiter, 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 Leiter. Oh mein Gott. Ich bin so loot fixiert. Das ist so schlimm. Okay, ist hier irgendwo der Aufzug. Vor dem Aufzug musst du... Oh mein Gott, da war sie. Hier, komme ich zum Aufzug, oder? Oh Gott. Oh mein Gott, da oben. Ich vollidiot. Ich vollidiot. Oh Gott, da ist sie. Oh mein Gott. Okay. Das kann ich benutzen, die Dinger. Oh lol, ich verstehe es. Oh, das war viel zu spät. Nein. Ich hätte es so gerne für Ski geschafft. Oh mein Gott, dieses Vieh, ne? Dass ich das nochmal bekämpfen muss, ne? Ich kotze. Das ist eigentlich ganz cool. Warum ist da so ein U-Bahn-Ding? Sind wir in der U-Bahn? Alter, was? Okay. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass wir so weit zurückkommen. Hier ist das... Obwohl, hier ist das Vieh ja schon, ne? Okay, just run. Run, run, run. Run, run, run. Da lang. Wo ist das Ding? Oh mein Gott, wo ist das Ding? Da ist das Ding. Ich bin so ein Noob. Ah, hier hinter mir ist die Tür zugegangen. Ich verstehe. Wie kommst du da herinnen? Okay, kann ich das Ding einfach explodieren lassen? Ja. Und hier ist irgendwie so ein Teil. Das kann ich doch bestimmt... Ja, das kann ich aktivieren. Okay, wo ist sie? Hinter mir. Kommst du? Kommt sie? Von da? Und wo kommt sie? Oh, sie kommt von der anderen Seite. Oh Gott, sie beeilt sich jetzt, glaube ich. Oh mein Gott, das ist... Nicht cool. Und wo kommt sie? Da. Ist das Feuer aus? Ja. Komm, ich will sie aber anzünden. Ich hab sie getroffen. Irgendwie. Auch wenn sie ein bisschen entfernt war. Oh mein Gott. Okay. Okay, jetzt geht sie da rein. Ja, das hab ich gesehen. Okay, jetzt direkt umdrehen. Dann kann ich sie einmal noch anzünden. Wenn man sie sehen würde. Wo ist sie? Oh mein Gott, so knapp. Wo ist das Ding? Da. Okay, wo kommt sie von hier? Da ist sie. Oh Gott. Ich hasse dieses Teleportieren, was sie macht manchmal. Wo ist sie? Oh Gott. Ist das Feuer aus? Nee. Kommt sie von hier? Nein, kommt sie von da! Oh. Okay, jetzt aber. Warum hat sie nicht getroffen? Geh doch hier lang. Okay, jetzt können wir laufen. Leck mich! Da war Loot. Oh mein Gott, ich bin da. Ich weiß nicht, wo ich bin. Nein! Rechts lang. Wo war ich? Ich glaube, ich hätte rechts lang gehen müssen. Scheiße. Da war noch Loot. Ich habe dann ganz kurz gedacht, dass ich... Dass ich beim Aufzug bin. Aber ich war noch nicht beim Aufzug. Oh nein! Man startet von hier wieder. Das ist so stressig. Scheiße, ey. Man kann sie halt auch nicht aufhalten mit irgendwie Schüsse oder sowas. Außer vielleicht mit Elektroschuss. Damit vielleicht. Das weiß ich nicht. Das kann ich mir noch vorstellen. Scheiße, Alter. Ich sehe... Ich übersehe die ganze Zeit das Ding hier. Hey, Buddy! Alles gut bei dir? Ja, kommst du? Kommst du, bitte? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Kommst du? Okay, sie kommt. Hat die sich echt umgedreht? Willst du mich verarschen? Komm hier lang. Bait, bait, bait. Bait, bait, bait. Okay, jetzt. Treff! Oh mein Gott. Ich will sie eigentlich gerne töten. Das wäre nice. Aber ich weiß nicht, ob ich dafür genug Feuer habe. Da unten ist sie. Oh mein Gott, wie man sie sieht. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Oh Gott, wie nah sie hinter mir ist. Oh mein Gott, das ist mega knapp, glaube ich, gewesen. Okay, danach einfach laufen. Kommt sie? Hey, buddy. Ich glaube, das trickert sie so ein bisschen. Lauf, komm. Wo ist sie? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Wo ist sie? Oh mein Gott, da ist sie. Wo ist sie? Oh! Alter, das ist so schwer, die zu sehen hier, ne? Da. Oh mein Gott. Okay, bleib da, bleib da. Jawoll, Alter. Ich hab sie erwischt. Okay, jetzt kann ich vielleicht sogar looten. Loot, 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 loot. Okay. Ich hab es mich. What? Und jetzt? Und jetzt? Oh mein Gott, und jetzt? Da oben. Da oben ist was. Oh mein fucking Gott. Da, ja, geht da lang. Oh mein Gott. Kontrollpunkt, cool. Warum hat die Musik nicht aufgehört? Warum? What? Das. Oh mein Gott. Wo ist sie? Da ist sie. Hab ich hier Feuer? Da hab ich Feuer. Ah, wo geht das hin? Oh mein Gott. Ich hab's ehrlich gesagt nicht gesehen. Alter, die ist fiein, ne? Da hinten ist so eine Wall wieder. Okay, buddy. Was? Wo geht's hin? Wo geht's hin? Oh da. Ja, ich hab da noch mehr Feuer. Wo ist sie? Da hinten. Oh Gott. Ey, manchmal läuft die aber auch richtig seltsam, weißt du? Komm ich hier weiter? Lass mich in Ruhe! Alter, wie hab ich das überlebt? Die teleportiert sich manchmal auch so crazy, ne? Weil ich hab da alles kaputt gemacht, oder? Ich muss eigentlich nur warten, dass das Feuer aufgeht. Okay, wo geht's hier hin? Geh aus. Mache ich noch irgendwas falsch? Ey, man kann ja auch nicht... Man hat ja auch keine Zeit, so, ne? Da ist noch eine Sache. Ich hab's jetzt erst gesehen. Da ist noch irgendwas, was ich kaputt machen muss. Geh doch weg! Okay, kannst du bitte nicht von der Seite kommen? Okay. Jetzt aber, jetzt kann ich kurz einmal... Alter! Was macht die? Die ist gestolpert. What the fuck? Okay, das Feuer ist aus. Ich kann da hinlaufen. Ey, manchmal ist die aber auch so schnell, ne? Das ist der Shit. Oh Gott, ey. Was, wo bin ich denn jetzt? Alter! Oh, wo kommt sie? Alter, sie... Oh, wo kommt sie? Okay, ich hab sie erwischt. Kann ich hier irgendwie... Was muss ich hier ausmachen? Oder muss ich sie töten hier? Ich seh nix! Auf dich zu teleportieren. Da hättest du doch so ein... Oh, ich seh's da. Da oben sind die Dinger. Da ist eins. Alter. Okay, an hier vorbei, an hier vorbei, an hier vorbei. Okay, verkackt, verkackt. Nein! Unfair. Alter, der Insta-Dev ist so... Okay, dadurch ist es halt gruselig, durch den Insta-Dev. Ich glaub, der Control-Punkt war voll weit hinten. Also, ich glaub, der war... einen davor. Scheiße! Alter! Oh, Mann, ist das stressig. Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Da. Dieses Luder, ne? Komm ich hier direkt vorbei? Oh ja, komm ich tatsächlich sogar. Nice, Alter. War die gerade genau hinter mir? Ich glaube schon. Wo ist sie? Da ist sie. Hey. Du sollst langsam sterben eigentlich, wenn ich dich mit Feuer besprühe. Ich hab dich mit so viel Feuer schon besprüht. Ah, sie ist reingelaufen. Nice. Okay, jetzt kann ich mich ein bisschen umgucken. Da ist was. Wo ist das andere Ding? Ich glaube, da ist noch ein Schalter. Da ist ein Schalter. Der war vorher nicht frei. Wo ist sie? Da ist sie. Oh, mein Gott! Alter, teleportieren kannst du dich. Oh, mein Gott! Warum ist da eine Bombe? Lol! Ich war am Boden! Oh, Mann! Oh, die Bombe, Alter. Das ist doch unfair gewesen. Woher soll ich wissen, dass da eine Bombe ist? Einfach. Ganz ruhig. Okay, wir haben das. Wir haben das. Wir haben das. Wo ist sie? Da ist sie. Okay, wo ist sie? Da ist sie. Wo ist sie? Da ist sie. Komm doch bitte von der anderen Seite. Danke, das wäre sehr nett. Alter, wäre ich fast in die Flammen gelaufen. Ah, Jump. Okay, das haben wir schon mal ein bisschen schneller gelöst. Ah, der geht auch weg. Fuck. Wo ist sie? Lass ich mich tot? Ich bin tot? Wollen wir mich tot? Boah. Boah. Heißt du, wenn ich leben? Das wäre mir auch gefallen. Okay. Da ist sie. Okay, so. Ist er mit getroffen? Okay. Okay, komm. Nicht auf die Idee, jetzt gleich von hinten zu kommen, okay? Du läufst jetzt hier schön lang. Und ich lauf einfach an euch vorbei. So, schneller geht ja wohl kaum. Komm, komm hier hin. Du willst es auch. Nein! Aber sie brennt noch. Oh mein Gott, sie scheint genau da vor mir. Alles klar. Okay, sie kann hier nur von einer Seite kommen. Wo ist sie? An ihr vorbei? Ey, was soll das? Wo ist sie? Da hinten ist sie. Geh einfach. Was? 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 Warum hat er Feuer? Kann sie auch ins Feuer gehen? Sie ist fast tot. Was? Sie ist zu? Anzünden! Nein! Sie hat mich bekommen. Sie war fast tot. Scheiße! Alter! Die ist so hart! Warum war das Feuer noch an? Wahrscheinlich, weil das eine Zeit lang dauert. Ey, mit diesen Scheißhebeln dauert das immer so lang. Scheiße, ey. Ja, komm. Jetzt kommst du hier hin. Oh, Alter. Oh, jetzt ist sie aber auf jeden Fall hinter mir. Und weg hier. Oh, oh. Wo ist sie? Oh! Alter, die ist fast in mir drin gespawnt. Guck mal, sie ist schon so schon fast tot. Okay, jetzt krieg ich das hin. Jawohl. Oh, oh. Okay, sie ist aber auch mega angeschlagen, ne? Out of ammo? Out of ammo? Oh mein Gott, ich kann mir gar nicht vorbei, so richtig, ne? Kann sie bitte einfach sterben? Kann ich hier vorbei? Ne. Ich brenne halt jedes Mal. Nein, sie hat mich hinbekommen. Was? Oh. Komm, ich kann mich bitte befreien. Sie. Okay. Okay. Mein Herz macht das langsam nicht mehr mit, ey. Okay, ich hab den perfekten Plan. Ich weiß genau, was ich mache, Leute. Vertraut mir. 100%ig. Warte, jetzt lauf ich in die andere Richtung. Aber sei auch nicht so schnell. Okay, 100%ig. Ich weiß, was ich jetzt mache. Mit den zwei Dingern hier kill ich sie. Glaube ich. Komm. Komm. Okay, du filthy bitch, Alter. Komm her. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Ich seh's. Jetzt. Stirb. Du bist tot, oder? Tot? Tot? Sie ist nicht gestorben. Warum ist sie nicht gestorben? Oh mein Gott, sie müsste so low sein. Ich kann da nicht langen. Ich kann da nicht langen. Stirb. Oh, da geht's ins Feuer? An dir vorbei. Wie war's denn Feuer gegangen, Alter? Wie dumm ist die denn? Oh Gott, sie ist so krank. Die ist halt fast tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott, geh weg. Oh mein Gott, sie ist weg. Oh. Okay. Ich weiß, dass rechts davon Loot ist. Ich will den Loot haben. Nein. Lol. Oh mein Gott, ich hätt sie töten müssen. Oh mein Gott, sie kann nicht mehr. Scheiße, ich hätt sie töten müssen, dann hätt ich zum Loot gehen können. Oh mein Gott. Hätte man sie töten können? Wenn man sie vielleicht nochmal ein paar Mal ins Feuer lockt, vielleicht. Scheiße. Hauptsache, es ist over, Alter. Ansonsten hätten wir jetzt auch nicht diese coole Cut-Sequenz bekommen. Wo sie mich noch ein bisschen erwürgt. Oh mein Gott. Ey, mein Herz, ey. Man, man gewöhnt sich. Oh. Sepp. Ich weiß auch, was du führst, Sis, Laura. Tun lassen werde? Was? Was? Er wird mich benutzen? Oh, für? Oh hey. Es geht nach unten. Da ist der Arm. Kann ich... Äh... Okay. Ähm. Oder hätte ich ihnen vielleicht nochmal ein paar Mal mit Explosive-Fallen irgendwo oder Eis-Fallen abschießen sollen. Das wäre vielleicht... Hätte vielleicht geholfen, ne? Ich hätt es, glaube ich, töten können. Es war mega schwach, auf jeden Fall. Hat man ja schon gesehen, wie es gerumpelt hat. Alter, wie weit geht denn das jetzt? Oh, dieses Vieh, ne? Scheiße, Alter. Das ist... Oh. Oh mein Gott. Ich bin in der Mansion. Was? Shit. Hat er sehr lang gezogen. Äh... Ich hätt das Vieh töten müssen. Tja, hier sind wir wieder, wa? Das gibt's doch gar nicht. Das sind wir in der Mansion sind wieder. Das ist interessant. Oh, hey. Kartenfrage 29. Und die Tür ist verriegelt. Da sind wieder diese Dinge. Aber die Tür ist ja schon auf. Ja, die Tür ist ja schon auf. Also eigentlich Quatsch. Irgendwann hat mir die Pflanzen, äh, die Pflanzen, die Dinger wieder neu hingestellt. Ist alles verriegelt. Ich glaube, oben ist wahrscheinlich auch alles verriegelt. Ah, ich dachte, da wär was. Das waren aber nur Scherben. Äh, jo. Hallo? Alles verriegelt. Okay, es geht nur darum, dass man weiß, dass man hier wieder ist irgendwie. Was für ein Wunder. Ich wollte es wenigstens einmal ausprobieren. Hm. Tja, cool. Gehen wir dann da rein direkt. Oh, das war dieser unendliche Gang. Jetzt ist er diesmal nicht unendlich. Komme ich hier weiter jetzt? Ich meine, eigentlich sind wir ja im Keller der Menschen. Eigentlich sind wir im Keller der Menschen, aber jetzt sind wir hier. Okay. Wobei, hier war ich schon mal, oder? Oder fühlt sich das nur so an, weil die immer wieder dieselben... Dieselben Dinger hier benutzen. Also dieselben... Teile. Ach, nee, hier war ich schon mal. Tatsächlich. Aber das war in meiner Vision so ein bisschen. Ich glaube, das ist jetzt das Real Deal. Ich meine, nichts ist hier real, weil ich ja im Kopf von... Von Ruvik und den anderen bin. Streckbank. Ein paar Käfige. Schick. In eine Richtung kaputt machen. Wie, Ruvik... Will mich benutzen? Oh, Leute, Stuhl. Guck mal, da ist was. Kann ich das abspielen? Ich würde das gerne abspielen, aber okay, dann nicht. Meine Fresse, ey. Oh Gott, ey. Ich bin immer noch mega unter Schock wegen diesem Scheiß, ne? Das ist einfach zu viel. Da tippt jemand am Computer. Das ist bestimmt der Professor, Alter. Das ist bestimmt der Professor. Oh. Oh. Uns zu retten. Haha. Ja, I don't have time for this. Neither do I. Leslie has been here before. And made it back. He survived being linked to Ruvik. Oh, lol. Der einzige, der es überlebt hat. Okay. Er ist unser Weg raus. Dieses Geräusch. Das Geräusch. Was? Wo sind wir jetzt? What? Er hat uns irgendwo anders hingebracht. Mit seiner Maschine oder was? Oh, oh. Und wir sind wieder zurück. Okay, wir sind fast rausgekommen. Wir haben gerade die echte Welt gesehen. Ja, weil Ruben das verändert hat. Oder ein Monster. Oh mein Gott. Oh, das Monster. Das kennen wir schon. Ach du Scheiße. Das haben wir schon einmal gesehen. Das ist deshalb. Er will raus. Lol. Ist der Professor jetzt tot? Äh. Wir sind durch die Gehände gegangen. Wo sind wir? Wir waren gerade ganz kurz raus. Und dieses Monster will auch raus? Okay, das war weird. Aber wir sind nicht raus, oder? Das hier ist nicht draußen. Okay, der Professor will unbedingt Leslie haben, um rauszukommen irgendwie. Weil Leslie einer der wenigen ist, der die Verbindung mit Ruben überlebt hat. Wir haben doch jetzt quasi auch eine Verbindung mit Ruben, oder? Ach du Scheiße. Klopf, klopf, herein. Ich weiß, du bist hier. Hör mir an! What? Und hier? Was? Von wo? Was hinter dieser Tür ist? Gucken wir uns in der nächsten Folge an. Für diese Folge bin ich fertig, Alter. Holy shit, ey. Dieses Vieh hat mir die letzten Nerven geraubt, ey. Es war halt echt spannend. Und man hat echt Angst vor dem Vieh, Alter. Man hat Panik vor dem Vieh, weil es halt one-shotted ist. Und es echt schwer ist, das mit dem Feuer und Ausweichen. Das ist halt echt schwer. Nicht vom Zielen her, sondern von diesem Vieh einfach nur, ey. Meine Güte. Also, freut euch in der nächsten Folge darauf, dass wir wahrscheinlich crazy Sachen erleben werden. Wie immer. In Resident Evil Within. Ich hab fast Resident Evil gesagt. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Ciao.